Wunderschön gelegen präsentiert sich die Restauration zum Blätz in Fuchstal. Ein Ort, an dem reisende Kraft und Energie schöpfen können. Der Familienbetrieb begeistert mit regionalen Gerichten aus naturbelassenen Zutaten, sowie Wildkräutern und Kräutern aus dem eigenen Garten. Beim Blätz genießen sie das Essen in seiner Ganzheit, was auch den feinstofflichen Körper mit ernährt. Glutamatfreie Lebensmittel, reines Meersalz und kaltgepresste Öle sind ein Erlebnis für einen unvergesslichen Aufenthalt. Kinder lieben den riesigen Spielplatz mit Piratenschiff. Daneben können es sich die Eltern im Biergarten gemütlich machen. Der Wellnessbereich im dazugehörigen Dahnforum eignet sich besonders gut zum Erholen vom Alltagsstress. Zur Übernachtung stehen vier gemütliche Zimmer bereit. Der angrenzende Permakulturgarten dient dem Wohlfühlen, was auch die hauseigenen Minischweinchen sehr genießen. Restauration zum Blätz – ein wahrer energetischer Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017